So, heute geht's weiter und wir gucken heute mal, ähm, wir müssen ja nach Greenwood ein bisschen aufbauen, das machen wir auch noch, alles ist keine Sorge. Ja, zwar wollen wir das wieder erreichen. Wir können die Router stellen, theoretisch. Hintenlich ist es ja egal, was wir machen. Ich bau jetzt mal eine neue Router auf. Das müssen wir hier lernen, dass wir die Router aufbauen. So, jetzt fangen wir sie einmal komplett auf. So, Änderung übernehmen. So, Router Film. Die ist jetzt hier die Router 12, die neue. Die geht ein bisschen durch, aber, wie gesagt, äh, wir müssen noch mal was anderes machen, und zwar müssen wir mal gucken, wie soll die angebliche Gelenkpost haben wir mit 246.000, vielleicht reicht es, ich weiß es noch nicht. So, wir sollen, wie gesagt, die Router mit meiner Bauen, das brauchen wir noch, und dann heißt es noch ein Gelenkpost, dann brauchen wir Gewinnung von Supergewinnung auf Schufe 2 aufzubauen. Und das haben wir dann auch schon wieder. Dann haben wir schon die nächste Mission. Das ist ganz wichtig, was zu trinken. Hier liegt das auch nicht mehr. So, gucken wir mal. 2.000 für den Line City oder 250, wenn wir die 200.000 für den Line City werden, glaube ich, sogar nicht so schlecht. 2.80 für den Link, die können wir noch nicht leisten. Was haben wir denn überhaupt einen? Wir haben doch den Line City, warte mal, den haben wir schon, ne, oder? Ne, haben wir noch nicht. Was haben wir denn, was haben wir denn von denen? Wir haben Mercedes haben, ne? Mercedes haben wir noch. Also, wenn wir den immerhin kaufen. Für 200.000. wir haben auch bitte den Line City. aufgabe gelöst so ist natürlich ist es ja wurscht mit was wir heute zwar war die jetzt bei den gelenk muss auf die neue route haben wir noch 46.000 aber das kriegen wir relativ zeitnah wieder zusammen so gut auswählen kann ich jetzt speichern genau vollzeit muss den immerhin zack eingebaut gut dann haben wir ihn auch drin guck mal dass wir die noch bearbeiten du bist auf die route 12 gebraucht mein freund meine hausse hauptfarbe 1 immer noch keine wirklichen farben leider immer noch keine wirklichen hauptfarben okay kommen wir in den gelenkam nach johon Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 so schnell reise Das ist natürlich voll auf die Acht. Wann kommt der Bus jetzt? Wann kommt der Bus bald? So, der ist auch schon. Ja, viel Spaß. Dankeschön, meiner auch. Werde ich gerne. Hast du schon mal gemacht, ein Charakter in einem Film im Spiel zu sein? Wo ist das? Nein, meine Wochenkarte ist letztes Wochenende. Ich bemerke es niemand. Na klar. Hör, wer war gerade? Ja. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Fahrkarte, Fahrkarte. Ah ja, jetzt weiß ich es. Das Ding, das man zum Bus fahren braucht. Hier, bitte. Spring of Perfection läuft erst seit letztem Jahr und hat schon 600 Folgen. Ich würde dich doch gerne kontrollieren. Ja. Hör, der nicht. Vergessen. So. Wollen wir wieder mal ein bisschen runter in den Gelenkpost. So, zu. Hau, weiter geht's. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen jetzt. So. So was habe ich gerne, hätte ich gerne von meinem eigenen Bus. Äh. Zum Beispiel. Hör, hör, hör. Ich bin in Copperport aufgewachsen. Boah, Alter, du gehst aber wohl über die Straße. Und kann mir jetzt ein Haus in Wildblock leisten. Moment. Wo ist mein Hut hin? Ja, was ich gerade sagen wollte, sowas hätte ich gerne von meinem eigenen Bus. So ein Navi. Wo die Haltestellnummern draufstehen. Und wo die, äh. Wo die Strecke draufstehen. Gerade immer so Hutfett, die auch nicht ganz so bekannt sind. So, weiter geht's auf jeden Fall da an. Erstmal. Erstmal. Haus zu bauen. In den Gelenkpost haben wir es noch gekauft. Also die hast du von zwei. Die hast du von zwei Änderungen noch mal drin. Wie bringst du ein Eichhörnchen dazu, dich zu mögen? Verhalte dich wie eine hohle Nuss. Rausch. Na ja. Eine Fahrkarte bitte. Ja, machen wir so. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. 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 So, Studenten-Ticket, ich muss hier im Mai immer die ganzen Einfachen ausbauen, dass ich die nicht vergesse. Ich muss am Tag immer ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt bin ich dabei. Die Leute sehen mich immer so komisch an, wenn ich mit meiner Katze spazieren gehe. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Nee, keine Ahnung, das ist die. Dann hat folgt die. Jetzt müssen wir hier einmal außen rum. Ja, ich sehe den Fuß, gell? Und es ist halt da. So. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte mal wieder angeln gehen, aber meine Angel ist kaputt. Ich brauche eine neue. Sollte mit rein. Mit dem, was ich momentan verdiene, kann ich mir nur Kopfschmerzen leisten. Ich wünschte, ich würde ihn mittelspenden. Ja, ich wollte darauf gewartet, ob der reinfahren wäre, ob die Radwehr mal rausgezogen. Die war ja lange genug draußen und dann dachte ich mir, aber was? So. So. Wiedersehen. Tschüss. Dann müssen sie eh noch weitermachen, die Strecke. So, dann fahren sie nochmal gegangen, weil es muss ja jetzt erstmal sein, dass wir die auf Stufe 2 ausbauen, ne? Ja. Da kreist du raus. Einfache Fahrt, bitte. Machen wir das doch. So. Hier, Laserpiegel. Habe ich doch gemacht. Ich habe die scheiß Hecke nicht gesehen. Das war alles. Ich habe nicht mit dem Ding gerechnet. Ich habe nicht mit dem Ding gerechnet. Einfache Fahrt, bitte. Einfache Fahrt, bitte. So. Na ja, Laserpiegel hat es nicht gegeben. Ist schon blöd. Wie soll ich mich auf meiner Arbeit konzentrieren? Ich weiß, was Kunze Gela meinte, als ich es im Sock gesagt habe. Ich weiß genau, was ich mache. So. Na ja, die stellen noch. Und ich hoffe, das wird dann vielleicht wieder nach außen gebaut. So können wir die sehr wahrscheinlich auch noch mal fahren. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, was abgespaced bedeutet, aber mein Enkel sagt das immer. So, Seniorenticket einfach im Verkappter Gipi. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, jetzt hier rechts oder dann haben wir so Schubbischhaft, fast zumindest. Hallo, ich hätte gerne mehrere Fahrgarten, bitte. Hier. Hier. So, jetzt kommt es hier in Street und dann haben wir es. Ne, Sie haben ja Emergency Headquarters Krankenhaus. Oh, Alter. Einfach ohne Grund stehen zu bleiben. Hm. Hm, dass das hält. Ja. 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 Hat er den Typen gesehen, der mit seinem Hamster in eine Ballen Gassi gegangen ist? So, jetzt haltet er! Halt es! Ja, Greenwood, da fehlt noch ein bisschen was. Also wir müssen sie nochmal auf jeden Fall fahren, Minimum. Gut, ich hab jetzt nicht vergessen. So, Routerweben. Schnellreiche rüber. Bin ich froh. So, du kannst fahren. Hallo Chef, willst du die Fahrkarten kontrollieren? Hier ist meine Fahrkarten. Nicht kontrollieren meine Fahrkarten. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ich muss hier, bitte. Erwischt. Sie waren schon bei mir. Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Ich hab ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. So, dann setzen wir uns hier hin. Dann schauen wir mal. Steig Two, ich bin ein Dramatis. So,'tay, war ich dabei. Um, so viele Plätze kann ich weiter ranしい. So, dann gehen Sie auf den Fabrik. Heut sind 저 dem Fabrik, os Decert zusammen Accounten, So, danke. So, da waren, when sie den Alt Reaper 몇re herausfinden. Untertitelung des ZDF, 2020 Die könnte aber mal weiterfahren langsam. Oh, wuschig. Ah, Menschen. Komm mal raus da. Oh, eine Pause. Super. Oh, du stehst da fünf Jahre an dieser scheiß alten Stelle, weißt du? Ich hab keinen Bock drauf. Oh, Alter. Steht der nächste an der. Steht der nächste an der. Steht der nicht. Das ist das Park das Auto, ja. Der Park hat eine scheiß Karin hinter dem Fußgänger, aber wir wollen in eine Kurve. So eine scheiß Idee, muss man das mal kommen. Ja. Ja. Bei meinem gestrigen Spaziergang im Silver Park habe ich eine Kolonie Seemöwen gesehen. Ich wusste nicht, dass sie sich so weit von der Küste entfernt niederlassen. Kennst du die Theorie, dass sich kleine Katzenarten untereinander kreuzen können? Das gilt sogar für Pumas und Luchse. So. Oh, Police Station. Genau hier wie genau das gleiche in grün hier. Wasser des Wortes. Ja, das war schön vor die Scheiße, äh, vor die, vor die, vor die Kurve gestellt, oder hinter die Kurve gestellt. Das muss ich jetzt gerade ein bisschen anders angehören. Komm ich da jetzt rum in einem Rutsch? Ne, ne? Die Fütterung der Seelöwen da ist toll. Ich mag es, wie sie sich die Fische schnappen. So. So. Wir müssen unbedingt mal nachts zum Leuchtturm. Ich habe gehört, der soll im Dunkeln fantastisch aussehen. Soll ich mir keine ausgebaut werden? Und Fahrzeit. 80.200. Letzteresche. 5. 4. 3. 5. 7. 5. 5. 7. 7. 8. 11. 11. 11. 14. 15. 14. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine weitere Altestelle kann ausgebaut werden Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020